Hallo, mein Name ist Norbert Giesow, ich bin Astrologe aus Kiel. Die meisten, die hier auf diesen Kanal kommen, kommen bestimmt daher über den Sternzeichen-Net-Kanal, wo ich ja meine inzwischen recht bekannten Tageshoroskope nahezu täglich aufnehme. Ich habe aber diesen Kanal, der sich 1961, also 1961 als Zahlen und dann BUM, BUM, ohne Leerzeile, in diesem Kanal habe ich früher meine ersten Schritte mit den Tageshoroskopen gemacht und auch einige andere Sachen eingestellt und diesen Kanal möchte ich jetzt gerne wieder reaktivieren, um die Freiheit zu haben, auch mal über Themen zu sprechen, die nicht speziell astrologischer Natur sind, weil ich mich auch viele andere Dinge interessiere und manchmal ist es auch interessant, manche Bereiche wie Beziehung oder Berufung auch aus vor allem psychologischer Sicht zu sehen. Außerdem interessiere ich mich sehr für die Buddha-Lehre und kann dann manche Dinge eben auch aus buddhistischer Sichtweise erklären. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, auch mal das eine oder andere über mich persönlich kundzutun, weil ich auf dem anderen Kanal auch immer wieder danach gefragt werde, auch doch mal zu erzählen, wie ich zur Astrologie gekommen bin, beziehungsweise andere Themen auch. Also ich werde mit der Zeit auch Fragen sammeln und möglicherweise auch Fragen dann hier in diesem Kanal beantworten oder darüber sprechen. Themen sind auch herzlich willkommen. Und ansonsten vielleicht auch das eine oder andere Thema aus dem großen Bereich des Buddhismus oder der Psychologie, der Spiritualität, der Esoterik, aber natürlich auch der Astrologie werde ich nutzen, um darüber mal was zu erzählen, wen es interessiert. Und das ist jetzt erstmal genug der ersten Vorstellung und ich hoffe, dass ich bald hier auf diesem Kanal noch ein paar neue Dinge einstellen kann. Und bis dahin sage ich erstmal allen, die das hier gesehen haben, herzliche Grüße aus Kiel und Tschüss!